Ich heiße Laura, studiere Medien und Kommunikation zu sein und habe mein Auslandssemester in Malaysia an der Limkok Wing Universität verbracht. Ich habe mich für die Partnerschule in Malaysia, die Limkok Wing Universität, entschieden, weil unser Präsident, Herr Faust, uns sie empfohlen hat und ich davor auch Malaysia nie auf dem Schirm hatte und deswegen fand ich es eine wirklich coole Idee. Die Limkok Wing Universität ist extrem international und hat Standorte überall auf der Welt und ist zudem auch noch die größte Universität Asiens, hat zum Beispiel in der Zeit, wo wir da waren, den Global Peace Award an Nelson Mandela verliehen. Leider konnte er persönlich nicht da sein, aber es war trotzdem ein Riesenfest mit sehr vielen internationalen Gästen und der Presse. Dann gab es auch das Short Shorts Film Festival aus Asien, wo wir den Regisseur Jochen Freidang kennengelernt haben. In Malaysia treffen drei verschiedene Religionen aufeinander und deswegen ist es wichtig für Frauen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, dass sie T-Shirts mit Ärmel tragen und Röcke oder Hosen über die Knie gehen. An der Universität an sich kann man sich daher aber trotzdem lässiger kleiden. Neben dem Studium an der Limkok Wing Universität habe ich als Student Ambassador Deutschland repräsentiert. Wir haben ganz viele Events organisiert und das hat mir jetzt auch dabei geholfen, dass ich in meinem Praxissemester in einer Live-Kommunikationsagentur arbeiten kann. Also ich würde den Studenten empfehlen, sich in der Plaza aufzuhalten. Das ist der Mittelpunkt der Universität. Drumherum ist ein Café, ein Restaurant, ein Apple Store von der Hochschule, ein Fitnesscenter, ein eigener Shop. Und was außerdem noch wirklich toll ist, man kann für ganz wenig Geld zum Beispiel nach Bangkok fliegen oder auf wunderschöne Inseln, wo man glaubt, man ist in einer anderen Welt. Zum Beispiel bei Indian Island. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, viele neue Erfahrungen und dass ihr euch von den verschiedenen neuen Kulturen inspirieren lasst. Selama Tingal! 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia.